Wait, 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 stop, this doesn't make sense. Hold up. Wait, who are you? I am you. What? I am me. No, Sarah, you are you. Wait, I don't... Heute habe ich für euch den Kingsnight KFC Chicken Vibs und KFC Tapos. Brauchen wir alles für unsere Vorbereitung? Nice. Bei jeder Vorbereitung wird die Hände waschen. Erst kümmerte ich mich um meinen Händchen mit den Cheeks. Wir werden dann mit Bringles paniert. Erst habe ich die Bringles in meine Schülle gemacht und habe die Kleiner. So in etwa. Zuerst habe ich sie dann mit Mehl paniert, dann kamen sie ins Ei, dann kamen sie in die Bringles, kamen sie auf Fleisch und dann in den Backofen. Mein Backofen macht 200 Grad voraus. Dann sind sie fertig gebacken, dann mache ich für meinen Salat einen Honig, Senf, Felsen. Dann mache ich meinen Salat an, ich meine Soße aus dem Wettkopf. Ein bisschen Salat, dann Gurken und Tomaten drauf gemacht. Oder ihr macht euch einen KFC Tee-Taboo. Ihr habt da das Rezept in voller Länge. Frisch und lecker und Mahlzeit, meine Lieben. Und ich wünsche euch einen schönen Start ins Wochenende. Pr으면ano. Auf Wiedersehen. Kita. 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 Kita- Click. Kita. Kita.